Moin aus Berlin, sul sul und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Was habt ihr denn für Probleme? Leute, das war Anne. Mensch, warte mal. Die ist immer noch tropfnass. Bleib mal hier, Anne, bitte. Mensch, ey. Ganz ehrlich. Bist du abgehauen, weil du Angst hattest. Du kannst hier erst mal reparieren. Kannst du das verbessern? Ist noch irgendwas da zum Verbessern? Nach Tagfragen. Wie, Mann, 14. Pinker University. Wie? Oh, guck mal. Wie schön. Ich muss mal gucken. Der Rolf schläft. Sie schläft. Warum du Angst hast, weißt du selber nicht, oder? Vom Gespenst geschockt. Du kennst sie doch, du Pappnase. Echt, ey. Nach Welt fragen. Genau. Und du könntest ein Frühstück servieren. Brauch mal Pfannkuchen. Die holen wir wieder, die Anne. Aber ich muss mal gucken, wen ich dann hier aussondere. Da bin ich mir im Moment nicht so sicher. Guck mal, ist die schwanger. Vielleicht lasse ich sie ausziehen. Die ist eh alleine. Ich bin ein, ne? Huzzah! Werden wir sie ausziehen lassen, dann holen wir uns die Anne zurück. Das ist, glaube ich, eine coole Idee. Annetta, was ist mit dir? Kannst du das reparieren? Und kannst du das reparieren? Mal den Haushalt verwalten. Wo mache ich das denn? Feuerwehr anrufen, Garten-Service, Service engagieren. So, das ist das. Haushalt verlassen. Mal gucken, wo wir hinziehen. So. Äh. Wo sind wir denn überhaupt? Ähm. Ähm. So, nochmal. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Es war jetzt etwas, äh, unübersichtlich, das Ganze, was wir da... Neuer Haushalt. Ja, warte mal. Du musst... Hier stimmt doch was nicht. Oasis Springs. Da kann sie doch... Ach, Marvin Bach. Ne, anderen Haushalt wäre... Ah, jetzt kommen wir... So, zu den Bachs wollen wir nicht. Was haben wir noch? Familie Braun, Förster, Krämer... Kreuzlöhrer, Niesen, Schäfer, Schäfer... Wo ist denn ihr, ihr Macker hier? Weishaupt. Ist nur Weishaupt? Nicht in Welt. Weber. Theissen, Schwarz. Schäfer, Ottermann. Müller. Hier, Hilgers. Kannst du hinziehen. Ähm... Ähm... So. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich wieder den Haushalt... Wechsel. Wechsel. Irgendwas Leeres hier, wo die rein kann, die beiden. Ähm... Ach, die Wärfe noch raus. So. So. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja... zu unserem... bei unserem anderen Haushalt bleiben. Wir... speichern das mal kurz. Ich wollte... Scheiße, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Errungenschaften, Welten... Welten verwalten... Abbrechen... Abbrechen... Oh, nicht. So, das war hier. Wie ging denn das jetzt? Kamera Optionen... Irgendwie ging das doch. Dass ich da jedes Mal... Mit der Erinnerung, Welten verwalten. Zurück zum Hauptmenü. Ich glaube, so war das. Genau. Dann können wir hier wieder rein. So läuft's. So läuft's. Perfekt. So, wir haben... Die beiden sind zur Schule. Eine Person... Weniger. Schön. Mit anderen Worten... Du kannst... Das mal reparieren. Mit anderen Worten... Wir können uns die Anne wiederholen. Das machen wir bei der nächsten Folge... Weil ich erstmal gucken muss, wie das geht. So, wen haben wir denn hier überhaupt? Wir haben jetzt die Marie. Die... Okay, okay... Okay... Ja... Die Anne holen wir uns wieder. Aber mehr Kinder als alles andere hier. Perfekt. So, kannst du denn... Hier was verbessern? Selbstreinigung. Das ist gut. Kannst du hier noch was verbessern? Automatischer Seifenspende. Auch nicht schlecht. Aber eine Selbstreinigung mit Zange einbauen... Oh Gott, kann man machen, ne? Ja, siehste... Da ist die... Alex zu ihrem Freund gezogen, nicht? Selbstreinigung. Könnten die Sims auch gebrauchen. Kannst du die eigentlich... Kannst du die eigentlich anrufen? Ja, kannst du. Perfekt. Ralf ist aber auch schon alt geworden. Und mein lehrer Mann. Was machst du da? Den Stinker waschen? Oder kommt der ins Bett? Hm. Sehr wütend, weil... Er schöpft ja. Geht doch schlafen. Aber es passt dir auch nicht, hä? Wir müssen ja die Freundschaft aufrechterhalten, ne? Guck mal, da ist sie schon. Kommst du einfach so rein, oder? Einmal runter. Einmal runter, genau. Oh, you turb. Ah! Hey. Deroy, oh blisch. Na, was war? Wir sind ja gut befreundet. Aber, liebe Leute, ich werde jetzt gucken, wie wir die Anne wiederholen. Wir haben nämlich unsere Zeit schon um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und sage bis dahin erstmal. Ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.